Guten Tag, liebe Geschwister. Also herzlichen Dank, dass ich mitmache, auch in dieser Lehre. Und wir wollen heute so ein bisschen anschauen. Wir wollen wieder das Thema falsche Prophete, falsche Lehre, falsche Christi anschauen. Und ich würde gerne eine Bibelferse in Markus dafür benutzen, ein paar Bibelferse. Und ich dachte, bevor wir anfangen, dass wir kräftig zusammen beten. So, Herr Jesus, wir danken, dass wir nach dir schauen können, dass wir Gott suchen. Und Herr, danke, dass du gesagt hast, dass du bei uns sein wirst. Und Herr, danke für jede Person, die mitschaut heute. Danke für die Offenbarung, Herr. Öffnet uns die Augen, Herr. Und danke, dass du durch diese Lehre auch heute verherrlicht wirst. In der wunderbaren Namen, Jesus. Amen. So, genau. So, wie gesagt, wir wollen heute in eine Bibelferse gehen. Und die Bibelferse ist in Markus, und das ist Kapitel 13, Vers 20. Ich werde das da mal hier vorzeigen, hier in Vers 20 von Markus' Evangelium. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Als und als dann, wenn jemand zu euch sagte, siehe, hier ist der Christus, oder siehe dort, so glaubet nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählte zu verführen. Ihr aber seht zu, seht, ich habe euch alles vorhergesagt. So, wunderbarer Bibelfers, ihr Lieben. Ja, es ist natürlich ein paar Wörter da drin, die ja schon ein bisschen erschreckend sind. Wir lesen da von Verführung oder Entführung, Täuschung und so weiter. Und ja, es ist leider auch so, dass in Zeiten, wenn Gott gute Dinge machen will, natürlich wird der Feind auch nicht schlafen. Und öfters ist es so, dass der Feind versucht, dann Gott zu kopieren oder nachzumachen. Und dass Menschen dann enttäuscht werden und dann suchen sie nicht weiter nach dem Herrn. So, ich will Sie echt ermutigen in dieser Lehre heute. Und das müssen Sie nur wissen, dass der Herr, das ist ein echt, Gottes echt. Aber es gibt auch natürlich, der Feind will viele Dinge nachmachen. Und das wollen wir heute beobachten und anschauen. Genau, da haben wir unser Bibelfers gelesen. Und wir wollen verschiedene paar Wörter aus dieser Bibelfers, will ich heute anschaue. Genau, unser erster ist das Wort falsche Christi. Und in Griechisch ist es Pseuduchristus. Ein falscher Messias oder ein falscher Christus. Und dann gibt es auch das Wort falsche Propheten. Das ist auch in die Griechisch Pseudoprophetes. Ein falscher Prophet, das heißt vorgetäuschter Verbote oder religiöse Betrüger. Ein falscher Prophet. Ein vorgetäuscht. Das ist richtig interessant, ihr Lieben, weil, ja, es meinte, Täuschung ist auch Teil von dieser Zeit, in der wir leben. Der Herr hat wunderbare Dinge uns verheißen. Er wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Aber dann hat Jesus auch solche Dinge vorhergesagt. Und der Herr ist so gut. Er hat uns gewarnt. Auch um zu schauen, weil es gibt auch Täuschung, auch in den Zeiten, in denen wir leben. Gehen wir weiter hier. Das Wort falsch bedeutet in die Griechisch Mangel an Echtheit oder Gültigkeit. Im Wesentlichen oder im Ursprung. Sehen Sie, der Ursprung, wo kommen Dinge her, die Wurzel, wie man so sagt, auf euer schöner Deutsch, der Brunnen. Wo kommt das her, die Ursprung von Dingen. Genau. Und da, Schein, oder das wird nachgemacht. Oder das Wort falsche bedeutet auch nicht vertrauenswürdig, zweifelhaft oder trügerisch. So, richtig wichtig wieder, um zu schauen an, die Ursprung. Der Ursprung. Wo kommt Dinge her. So, das ist leider so, dass in die geistliche Welt nicht alles nur von Gott kommt. Die Ursprung, die Quelle kann auch dämonisch sein. Und wir werden da übersprechen heute. Und wir sind schon getäuscht, wenn wir glauben, dass alles von Gott kommt. Das ist schon eine Täuschung. So, genau. Los, wollen wir weiter. Schauen wir hier. Es steht da sogar die Auserwählten. Ich meinte die Leute, die Auserwählten sind. Wir haben gesehen, wie Jesus gesagt hat, wenn das möglich ist, hier in Markus 13, Entschuldigung. Er sagt es da, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wir sehen da, es ist keine Garantie, dass wenn wir auserwählt sind, dass wir nicht Täuschung oder Verführung erleben können. Natürlich, wenn wir im Wort bleiben, wenn wir beim Herrn bleiben, wenn wir in der Gemeinschaft bleiben, mit Menschen, die auch das Wort feiern, lesen, leben, studieren. Dann ist es schon ein mehr sicherer Ort, um nicht verführt zu werden. Jetzt lehnen wir wieder unser Wort hier, die Eklektos, die Auserwählte. Das ist die Favorit, die Auserwählte oder die Gewählte. Und dann sagt Jesus, dass es möglich ist. Das heißt da, fähig oder mächtig oder möglich. Es könnte, wenn es möglich ist, sagt dieser Bibelferst. Das bedeutet, der Feind wird es schon probieren. Weil so steht, so hat Jesus es gesagt, wenn es möglich ist, wird er auch die Auserwählte verführen. Sehen wir ein paar Wörter weiter. Das Wort verführen, apoplanau in die Griechisch, in die Irre zu führen. Und passiv von der Wahrheit abzuweichen. Abzuweichen. In die Irre zu führen. So, öfters ist diese, in die Irre zu führen, es ist nie ein sofortiges Geschehen. Öfters braucht es so Zeit. Wissen Sie, wenn man irgendwas daneben macht, dann macht man erst ein bisschen so am Anfang. Wenn man das weiterlaufen lassen, dann sieht man es später. Aber es fängt hier so an. Und das ist, warum wir richtig das Wort Gottes detailliert studieren müssen. Die 66 Bücher. Wir müssen sie detailliert auch lehren. Und wenn wir dienen oder predigen und so weiter, dass wir das mit Details machen. Weil irgendwas kleines, wenn irgendwas so ein bisschen daneben anfangen, wenn man das Zeit gibt, dann wird es sehr, dann kommt es später, dann ist es sehr daneben. Aber es fängt so klein an. Das ist, warum wir dieses Wort dann haben. Von der Wahrheit abzuweichen. Und dann hat Jesus gesagt, ein richtig interessantes Wort, hat er dann für uns gesagt, in diesem Bibelfers, in Vers 23. Ihr aber seht zu. Seht zu. Das Wort da ist in der Griechischen, das Wort blepu. Das bedeutet beachten. Hier ist die Bedeutung. Zum Anschauen. Sehe. Hüte dich. Schau zu. Um wahrzunehmen. Zu betrachten. Zu sehen. Zu beachten. Zu betrachten. Und das ist, warum das sehr wichtig ist, dass, wenn wir eine Lehre hören, dass wir darüber nachdenken, dass wir das wieder mit der Bibel vergleichen, das betrachten. Nicht schlücken, nur erst kauen. Und schaue, ob das wirklich von Gott ist. Nicht nur schlücken. Erst betrachten. Nachschauen. Blepu. Heißt das. Genau. Kommen wir weiter. Beachten. Und das ist das Wort. Hümeis. Auf die Griechisch. Und das bedeutet, schaue die Plurale oder die Mehrzahl von dich oder euch. Das bedeutet, du musst nach dich schauen. Du musst selber schauen. Also, das ist sehr, sehr wichtig, dass, ja, wenn du was lesen in einem Buch, es mag von einem sehr bekannten Prediger und so weiter sein, das ist nicht unbedingt wahr. Es ist nur wahr, wenn das mit der Bibel übereinstimmen. Und nicht nur mit einem Bibelfers. Gott hat uns die Bibel gegeben. Das ist 66 Bücher. Das Wort Bibel bedeutet Bibliu, wo wir das Wort Bibliothek herhaben. Bücher. Nicht ein oder zwei Bibelfers. Kapiteln. Bibeln. Bücher. Genau. Und das ist, warum das wichtig ist. Wir müssen das anschauen in die Gesamtbild. Ein Bibelfers muss man ins Gesamtbild bringen, um dann herauszufinden, ob das ja eine gute Auslegung ist von einem Bibelfers. Nicht nur ein Wort, nur ein Bibelfers. Nur schlücken. Nein, sie muss selber, und das ist, was Jesus gesagt hat, wir müssen selber schauen, wenn ich getäuscht bin oder verführt bin in eine falsche Lehre, ist es nicht nur mein Pastor seine Fehler oder die Älteste oder die Leidenschaft innerhalb der Gemeinde. Sie, ich, können auch dazu Schuld tragen. Wir müssen selber schauen, ob das, was sich jetzt geschluckt hat, ob es stimmt. Wenn es nicht stimmt, wenn es nicht stimmt, nicht schlücken. Weil das Problem ist, was wir im natürlichen Essen haben, hat einen Einfluss auf unseren natürlichen Körper. Was ich geistlich essen, schlücken, hat eine Auswirkung auf meine Seele und in meinen Geist und auf den Rest meines Lebens. Also, genau, so kommen wir weiter. Wir haben jetzt gesagt, Hymes, Jesus hat gesagt, er wird die Tage verkürzen für die Auserwählte, die er wählt hat. Die Auserwählte werden von diesem falschen Christi und falschen Propheten konfrontiert sein. Sie werden in der Tat von Christus davor gewarnt. Also, wissen Sie, Jesus hat nicht diese Dinge gesagt, weil er mal ein bisschen Zeit gehabt hat. Er hat es auch nicht gesagt, weil er so ein bisschen quatschen wollte. Jesus hat seine Wörter sehr gut ausgesucht. Und ich meine, er hat gewusst, er ist nicht ewiglich hier auf der Erde. Und wenn Jesus was gesagt hat, als er körperlich auf der Erde war, müssen wir sehr ernst nehmen. Und er hat gesagt, sogar die Auserwählte, wenn es möglich ist, das bedeutet, der Feind wird es versuchen, dass er sie verführen. Dann müssen wir das ernst nehmen. Und Jesus hat es gesagt, wir werden mit falscher Lehre, mit falschen Christi, mit falschen Propheten, wir werden damit in Anrührung kommen. Hochinteressant ist, in diesem Kapitel spricht Jesus sehr viel über die Dinge, die noch geschehen werden, bevor er zurückkommt. Und so, das ist auch Teil, das war nicht nur, aber es ist sehr Teil von dieser Zeit. Kommt Jesus bald? Wir hoffen. Sind wir in die sogenannte Endzeit? Bedeuten die Ende, bevor er kommt? Und ja, ich denke schon. Also, ja, ich meinte, wir sind heute schon näher an die Wiederkommens Jesu als gestern. So, ja, genau. So, absolut, es ist schon so. Genau. Dann lesen wir weiter. Hier, hier hat Jesus gesagt in Markus 13, 22. Denn falsche Christi und falsche Propheten werden auferstehen und Zeichen und Wunder zeigen, um selbst die Auserwählte zu verführen, wenn es möglich wäre. Ein paar Wörter hier. Sie wird aufstehen. Das Wort bedeutet, aus dem Schlaf erwachen oder aus dem Tod zu erwachen. So, das bedeutet, es wird klein anfangen und es wird zunehmen. Dann sagt er, sie wird Zeichen und Wunder tun. Zeichen und Wunder. Es heißt da, sie wird Zeichen und Wunder zeigen. Wir kommen noch zurück zu diesem Wort. Und dann, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten zu verführen. So, die Auserwählten wieder haben wir angeschaut. Das ist die Eklektors, die Gewählten, die Favoriten der Ausgewählten. Ja, also, ich würde echt sagen, wenn sie Christi gehören, wenn sie schon ihre Leben Jesu gegeben haben, dann hat Gott sie auch Auserwählten und die Gemeinde und so weiter. Genau, das ist so, dass Jesus jetzt hier sagt, es wäre, wenn es möglich wäre, wird er sogar diejenigen versuchen, sie zu täuschen. Genau, jetzt kommen wir weiter in unserem Bibelfers und wir schauen jetzt noch an, was Jesus hier sagt. Vers 23. Aber beachte euch, siehe, ich habe euch alles vorausgesagt. Das Wort voraussagt, ist in Griechisch proiero, um es bereits zu sagen. Sagen sie voraus. Vorhersagen. Vorher. Und das ist auch das Wort, wir haben auch diese Basis- oder Grundwurzelwort pro, haben wir auch bei dem Wort prophetio. Und das ist Vorhersage oder in die Zukunft zu reden. Und Jesus reden jetzt hier in die Zukunft. Und er hat uns gesagt, sowas kommt. Genau, vor allem in die Tage, in die Zeit, bevor er wiederkommt. Genau. Jetzt schauen wir weiter. Proeo. Er hat es vorausgesagt. Eins ist sicher. Es wird nicht vielleicht kommen. Es wird definitiv kommen. Genau. Jesus war auch, er war der Sohn Gottes. Aber er war auch Prophet, hat apostolisch, hat evangelistisch, hat lehrmäßig, hat pastoralmäßig gedient. Und wenn Jesus, der Prophet, was voraussagen, dann können wir uns das als ernst nehmen. Und es wird kommen. Und ich persönlich habe das jetzt beobachtet, die letzten vor allem drei, vier Jahre. Und ich habe gesehen, wie das zunehmend, wie das Aufstehen, vor allem falsche Lehre und falsche Erlebnisse, die Menschen macht momentan, weil Menschen so hungrig ist. Und wissen Sie, das ist eine wunderbare Sache. Wir haben alle Hunger nach dem Herrn. Ich meinte, wir waren fast zweieinhalb Jahre zugeschlossen. Wir konnten nicht raus wegen der Pandemie. Und ich meinte, ich meinte, davor war das nicht leicht. Momentan haben wir einen Krieg in die Ukraine. Die Wirtschaft ist dabei, richtig Schwierigkeit zu erleben. Und was wir jetzt sehen, ist nur der Anfang davon. Und alle solche Dinge. Und wir haben alle Hunger nach Gott. Ich meinte, in Gottes Haus ist ein großer Hunger nach dem Herrn. Das ist wunderbar. Und es soll auch so sein. Nur, wenn ich sehr hungrig bin, dann muss ich auch aufpassen. Weil die Gefahr ist, dass wir einfach alles nehmen und behaupten, dass es von Gott ist, weil wir ein Erlebnis wollen. Genau. Das passiert öfters, dass Menschen kommen aus ganz trockener Religiosität. Öffne sie dann so. Und öffne sie dann so, ohne Unterscheidung. Und schlücken dann verführerische Leere, Täuschung. Haben dann geistliche Erlebnisse, die nicht von Gott ist. Aber sie merkt es nicht, weil sie so hungrig sind. Die wollen nicht mehr so trocken nach Hause gehen, nach dem Gottesdienst. Und dann lebe eine Erfahrung, egal mit was, als trocken nach Hause gehen. Das ist in meinem Auge, was momentan los ist. Im großen Teil des Leib Christis. Komm, wir lesen weiter. Und ich werde es noch nicht richtig so erklären. Lesen wir hier in Markus. Jesus hat gesagt, sie wird Zeichen und Wunder zeigen. 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 Um zu verführen. So, wir müssen eins wissen. Diese Zeichen und Wunder, die machen das, weil sie eine andere Agenda damit haben. Aber, zum Beispiel, schau mal zum Beispiel, Sie sehen jemanden, die echt krank ist. Die im Rollstuhl sitzen, die krebserkrank ist und leiden. Sie haben eine Mitleid. Sie wird sogar weinen, wenn Sie die Person anschauen. Wenn Sie jetzt für die Person beten, haben Sie nicht eine andere Agenda. Sie tun das als Mitleid. Sie haben das Herz Jesu. Das ist was anderes hier. Jesus sagt, sie wird Zeichen und Wunder tun, um zu zeigen, dass sie damit verführen. Das bedeutet, die Menschen haben nicht eine ehrliche Agenda, um Zeichen und Wunder zu tun. Eine göttliche Agenda. Zum Beispiel, wenn jemand eine große Gemeinde wollen, tausende von Leuten, und jetzt für die Kranke beten, sodass die Gemeinde voller werden kann. Was ist die Agenda dahinten? Ist es wirklich Gottes Herz, um die Kranke aus den Leiden usw. zu helfen? Oder ist es, um die Zahlen der Gemeinde zu steigen zu lassen? Oder, wenn wir mal vielleicht auf die Straße gehen und dann für jemanden beten, und irgendwie wird dann Zeichen und Wunder geschehen, und dann können wir die Person dann irgendwie, ja, irgendwie dann zeigen, wie geistlich wir sind mit einer überheblichen Haltung oder einer anderen Agenda. Außer Gottes Herz für die Person. Sobald wir Menschen das tun, fangen sie an, für so ein Geist sich zu öffnen. Und sie fangen jetzt an, weil die Agenda, das, was dahintersteht, ist nicht Gottes Herz. Kommt Zeichen und Wunder zurück. Amen. Glaube ich an Zeichen und Wunder. Amen. Ich bin in einem Land groß geworden, wo da Erweckung war. Ich habe gesehen, ich habe es gesehen, wie in einem Abend locker 200 blinde Leute sehen. Locker. Pro Abend. Ich habe Lastwagens gesehen, mit Rollstuhl erfüllt, dass sie sie wegfahren vom Gottesdienste. In der Gemeinde, wo ich stationiert war, oder die Muttergemeinde, waren fast alle Mitarbeiter Menschen, die aus Rollstuhl gehalten worden sind. Ich bin voll für Zeichen und Wunder. Aber, was ist die Agenda, ihr Lieben? Warum wollen Leute das so treiben? Um Gemeinden groß zu machen zu lassen? Viele Leute zu kriegen? Also, oder wollen sie es zeigen, wie geistlich sie sind? Oder wie machtvoll oder kraftvoll? Oder, 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 oder? Wissen Sie, Gott sehen nicht nur, was ich tun. Er sieht mein Herz dahinter. Und wir müssen es sicher machen, wenn wir um Kraft beten, wenn wir um den Heiligen Geist beten, für was? Es ist natürlich, dass die Gemeinde wachsen wird. Die Muttergemeinde, wo ich herkomme, ist dann gewachsen über 20.000 Leute, ihr Lieben. Ich habe Erweckung gesehen. Ich habe gesehen, dass pro Gottesdienst 400 Leute, so ungefähr 400 Leute, pro Gottesdienst sich bekehren, mit Tränen, die Sünde lassen und für Gott leben. Aber was ist die Agenda, ihr Lieben? Was ist unsere Agenda? Und das ist, warum wir schauen müssen hier. Es sagt ihr, sie verzeichnen Wunder, zeigen. Das Wort zeigen, Simeon, ein besonders sehr emotionell oder übernatürliches Geschehen. Wunder, Zeichen einer Wunder. So, schau hier. Die Problem mit falschen Lehren, falschen Propheten, falschen Aposteln, falschen Pastoren ist, das ist nicht, um Menschen zu segnen oder ihnen zu helfen, sondern um sie zu verführen. Die Unterschiede sind Zeichen und Wunder, um Menschen zu segnen, zu helfen, im Gegensatz zu verführen. Eine versteckte Agenda, sich selbst zu beweisen, sich selbst zu stärker, ihre Gemeinde wachsen zu lassen, sich selbst zu erhöhen, nicht Gott zu erhöhen, um die Menschen von der Wahrheit wegzutäuschen, weg von Gottes geschriebenes Wort, weg von den 66 Büchern der Bibel. Wissen Sie, Gott hat 66 Bücher uns gegeben. Gott hat so geschaut, dass das 100% korrekt sind. Die Tora, all das Geschehen unter die Hebräische und so weiter, wo Gott zugeschaut hat, dass keine Fehler drin ist. Warum wird Gott heute Dinge über sein Buch hinaus tun? Jemand hat mir neulich ein Zitat aus einem Buch, das jemand geschrieben hat, geemailt. Und da steht, Gott ist größer als sein Buch. Was? Was? Was bedeutet so was? Wissen Sie, was sie damit machen wollen? Die wollen Gottes Haus. Davon wegkriegen, dass sie nicht alles mit dem Wort abchecken. Wir müssen alles mit dem Wort abchecken. Wenn man die Praxis und und so weiter nicht in der Bibel finden, dann ist es nicht von Gott. Und wenn ich nicht die Bibel kenne, wenn sie nicht die Bibel gut genug kennen, dann kann ich sie garantieren, sie wird getäuscht und verführt in eine komische Lehre. Die Auswirkungen davon wollen wir noch reden heute, weil es ist nicht nur die Lehre, es ist dann auch die geistlichen Praxisen des Tuns, die Menschen dann tun und die gehen, dann öffnen sie geistliche Türen und nachher ist da richtig Probleme in die Gemeinde und richtig Probleme in die Privatleben von solchen Menschen. Wir reden gleich darüber weiter. Genau. So. Kommen wir hier, was er dann sagt. Falsche Christi, Propheten wird aufstehen, werden Zeichen und Wunder tun, um wenn es möglich die Außerwelte zu verführen. Hier steht das in einer Übersetzung und wird Zeichen und Wunder zeigen. Sie wird Zeichen und Wunder zeigen. Jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Also, was ich sie jetzt zeigen will, ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Schaut zusammen. Das Wort hier und wird Zeichen und Wunder zeigen. Das Wort zeigen oder tun. Die Dome in Griechisch. Es bedeutet, ein Abenteuer zu geben. Sie wird Zeichen und Wunder tun, um sie oder wer noch da ist, ein Abenteuer zu geben. Die Frage ist, die Frage ist, ist der Heilige Geist gekommen, um uns ein Abenteuer zu geben? Oder ist er gekommen, unser Beistand, unser Tröster, unser Helfer, derjenige, die an das Wort Jesu zu erinnern und zu helfen oder ist er gekommen, um ein Abenteuer zu geben? Ein Abenteuer. Schau, ihr Lieben, das Wort zeigen, ein Abenteuer zu geben, hervorzubringen, verpflichten, behindern, machen, ministieren, anzubieten, ein Abenteuer anzubieten, ein Abenteuer anzubieten. An der einen Seite verstehe ich sehr gut, weil, wie gesagt, wir kommen aus einer sehr trockenen Zeit, wir kommen aus einer Zeit, wo wir uns nicht treffen dürften, wegen der Corona. jeder war es für sich, wir haben Zoom-Meetings gemacht, wir haben so Hunger gehabt, einander wiederzusehen. Die Frage ist, ihr Lieben, wollen wir Gott erleben oder ein selbstsüchtiger Abenteuer? Ich verstehe schon gut, wenn man in Gottes Gegenwart kommt, was ist schöner? Was ist schöner? David hat gesagt, ein Tag in deinem Gegenwart ist besser als Tausende woanders. Ja, ist da Freude in Gottes Gegenwart? Natürlich! ist das eine lächerliche Abenteuer? Ist das eine geistliche, nur ein geistliches Erlebnis? Ich meine, in einer guten Art und Weise gesagt, ist das schon fantastisch. Und wo ist es besser? Ich meinte, ich, ja, ich will das Wort Spaß benutzen, aber sie, sie, sie weiß genau, was ich damit meinte. Ich meinte nicht komische, komische, gotteslästerliche Abenteuer. Und es ist hochinteressant, dass Menschen so suchen nach einem Abenteuer. Ich kann es voll verstehen. Ich meinte, was ist noch Spaß in dieser Welt? Wir konnten niemals shoppen gehen. Ja, jetzt sagen die Leute, es gibt Affenpocken und, ja, man wissen, jeden Tag kann dieser Krieg eskalieren. Ja, die Wirtschaft bricht zusammen. Menschen, wir fragen uns alle, ja, wo ist noch Abenteuer? Komm, wir gehen mal in die Gemeinde und dann haben wir da nur Spaß. das ist ein Problem, ihr Lieben. Bei Gott zu sein ist das Beste. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Ich meine, ich habe auch selber Dinge gesagt, so wie Freude ist eine ernste Sache. Und ja, das war es so. Und wenn es echt ist und jemand kommt aus Depression heraus und der Herr rührt die Person an mit seiner übernatürlichen Freude und die lachen. Ja, wie stark. Aber ihr Lieben, da ist das Geschehen schon tiefer. Da ist eine Heilung geschehen. Die Person ist verändert. Ich habe selber, oh, so, na, so mit die Freude am Herrn. Heute noch. Aber ich meine damit, ich will nicht komische Dinge, so, dass man denken, später denke, wie komischer, wie geistlicher. und ich muss dafür aufpassen und das ist, warum ich diese Botschaft auch bringen heute und ich will sie auch damit dienen. Oder wenn ihr einen Pastor mitschaue oder einen Leiter oder einen Ältesten, natürlich, natürlich, bei dem Herrn zu sein ist das Beste. Es ist die Freude am Herrn, die Kraft des Herrn und so weiter und so weiter und so weiter. Aber wenn es nur darum geht, ein Abenteuer zu haben, dann muss ich mich schon fragen, welcher Geist habe ich jetzt hier eingeladen? Gott will uns alle mit seinem Wort dienen. Er wird uns mit seinem Geist dienen. Amen. Und wie gesagt, die Freude und die Freiheit und lasst wir tanzen vor dem Herrn und jubeln. Natürlich, ihr Lieben, ich predige heute nicht dagegen. Natürlich, ich mache dasselbe. Ich meine mir mit diesem Gefühl von wenn es nicht komisch ist, ist ist es nicht geistlich. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Gott wird manchmal Dinge tun, die wir nicht verstehen mit unserem natürlichen Verstand. In dem Moment. Aber wenn wir das zum Wort bringen und wenn das von Gott ist, dann wird wir das schon verstehen im Wort. Im Alten Testament sogar ist ein Bibelfers, wo die Priester nicht mehr stehen konnten, weil die Gegenwart Gottes so stark gekommen ist. So steht es im Alten Testament. Ja, können wir das verstehen? In dem Moment vielleicht nicht so. Aber wenn wir das dann später verstehen, dann sehen wir oder nachlesen oder studieren, dann sehen wir wow, die Gegenwart Gottes ist so stark gekommen, dass die Priester nie mal mehr stehen konnten. Ich habe in 1982 war ich in einem Gottesdienst in Johannesburg mit 2000 Leuten. Und als die Anbetungen weitergehen, 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 es war eine Zeit der Erweckung. Und als die Gottesdienste weitergehen, die Anbetung weiter, konnte die Musiker nicht mehr spielen. Sie sind alle auf die Knie. Und da konnte sie nicht mehr auf die Knie. Sie mussten vor dem Herrn hin liegen. Und auf einmal waren 2000 Leute auf dem Angesicht vor dem Herrn. Und da war eine totale Stille. Ich weiß nicht, wie viele Minuten. 2000 Leute. Kein Mensch hat es gemacht. Es war Anbetung, die so stark war, dass man einfach nicht mehr einfach stehen konnte. Wir müssen auf unsere Angesichte vor dem Herrn uns beugen. Verstehen Sie, was ich meine? Aber Menschen haben Hunger jetzt und Menschen denken, ach, ich will nicht nur da sitzen und so lange Prediger anhören und Griechisch und Hebräische Wörter. Komm, wir haben Spaß. Oh 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 Ich zeige sie ein bisschen weiter jetzt. Interessant ist, das Wort zeigen, sie wird Wunder und Zeichen und Wunder zeigen. Die griechische Bedeutung davon ist auch mit dem Hand zu schlagen, mit dem Hand Fläche zu schlagen. Wissen Sie, was das bedeutet? mit was hat das zu tun? Wissen Sie, was damit zu tun habe? Handauflegung. Handauflegung. So, Handauflegung ist von Gott, hat bei Gott angefangen, aber alles, was Gott hervorgebracht hat, wird der Feind kopieren. Wollen, verunreinigen, er wird es dämonisieren. Gott hat Prophetie gegeben, der Feind hat Wahrsagerei. Ist bei alles so. Wissen Sie, dass in die Esoterik haben sie sogar Sprachreden, Zunge reden. Ich kenne jemanden, die aus der Esoterik kam, die haben in Sprache geredet. Der Feind versucht, alles nachzumachen. Das ist dann nicht mehr von Gott. Es ist nachgemacht. Hände auflegen. Hoch interessant ist das. Hand auflegen. schauen heute Markus 13 an. Hand Auflegung ist ein interessantes Geschehen. Also es kann auch ein Punkt der Kontakt sein. Es kann auch benutzt werden für Übertragung. Und in der Bibel steht das Wir müssen nicht zu schnell die Hände auflegen. So was bedeutet das jetzt mit was hat es zu tun mit was wir jetzt heute hier reden? Es da steht auf falsche Christi falsche Propheten wird Zeichen und Wunder zeigen. Eine von die Bedeutungen von das Wort zeigen ist mit dem Hand zu schlagen und die Hand Fläche das bedeutet Hand Auflegung. Ich will heute sagen Sie müssen nie zulassen dass egal wer sie die Hände aufliegen. Wenn sie die Person nicht kennen wenn sie nicht wissen welches Lebensstil sie haben ob sie in Sünde leben ob die vor dem Herrn rein leben ob die wirklich versuchen mit Gott zu gehen wenn sie das nicht wissen lasst das nicht zu weil es geschehen eine Übertragung nicht nur was ich wollen ich wird zu mir wird eine Übertragung findet eine Übertragung statt auch mit Dingen die ich nicht wollen schau in die Corona Zeit haben Leute gesagt die haben ganz arg gehustet und so weiter und dann haben wir gesagt haben sie Corona nein weil sie nicht getestet war wenn wir Leute dann getestet haben haben wir herausgefunden die haben es oder sie haben es nicht sie müssen Dinge testen prüfen Jesus hat gesagt wir müssen das prüfen und vieles geschehen geistliches geschehen findet Übertragung statt und Dinge kommen rüber die nicht von Gott ist jetzt kommen wir zu meinem interessanten Bibelfers wollen wir zusammen schauen weil sie wird sagen was ist das mit diesem Bibelfers wer aber ist ein Vater unter euch denn der Sohn um Brot bitten wird er ihm doch nicht einen Stein geben oder auch um einen Fischer wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben oder auch wenn er um Ei bettete wird er doch nicht eine Skorpion geben wenn nun ihr die ihr böse seid euren Kindern gute Gabe zu geben wisst wie viel mehr wird der Vater der von Himmel ist den Heiligen Geist geben denen die ihn bitten also wichtig ist ihr lieben schau die Wörter an der Vater in Himmel wird der Heilige Geist geben der Vater und Jesus wird sie kein anderer Geist geben aber Menschen sind auch involviert und wenn jemand für mich beten kommt der Mensch die für mich beten auch im Spiel alles was in einem Raum geschehen ist nicht von Gott obwohl ich dafür obwohl wir beten Herr von dir von Gott wird wir nicht Skorpionen Schlangen oder Steinen kriegen nicht von Gott aber nicht nur Gott ist in ein Raum involviert nicht nur Gott ist in die Leben von Menschen involviert öfters ist nicht nur Gott in ein Gottesdienst involviert Warum hat Jesus dann gesagt wir müssen alles prüfen wenn das alles nur von Gott sein wird Verstehen sie und der Herr wollen dass wir müssen das prüfen so hier schau hier ist was in Raum ist oder mir gegeben werden wirklich von der Vater in Himmel Ja das ist die Frage die ich frage muss ich gehe zu einem Gottesdienst oder in einen Raum wo Menschen sind jetzt ist da geschehen jetzt was geistlich ist alles was in diesem Raum oder in dieser Leute sind oder durch die Leute jetzt kommen ist das garantiert dass es alles vom Vater ist nein der Vater wird dir kein Skorpion geben wird dir kein Schlange geben wird dir kein Stein geben aber nicht nur der Vater im Himmel ist involviert das ist warum das so steht der Vater im Himmel weil er ist im Himmel und wir sind auf die Erde was er uns geben wird nie böse sein aber wir sind nicht im Himmel wir sind auf die Erde hier ist andere Dinge auch im Spiel ich weiß manchmal wird die Leute dann so 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 richtig ärgerlich was meinst du dass bei uns nicht alles von Gott ist ja weil wir auf die Erde sind ihr Lieben im Himmel ist da nicht sowas aber wir sind nicht im Himmel und der Vater im Himmel wird uns nicht Skorpion geben aber wir sind auf die Erde genau das kommt darauf an welche Türe geöffnet ist in mein Leben und was für Türe und was was für Türe und wie die Leben Leute leben die für mich jetzt dienen die mir jetzt für mich beten genau so eine der neuen Gaben des Heiligen Geistes ist Unterscheidung Warum hat Gott uns Unterscheidungs Gabe gegeben weil alles nicht immer von Gott ist weil Menschen und Dämonen involviert sein und sind genau genau wie wie die Gabe der Heilungen genau wie die Gabe der Wort der Kenntnis Wort der Weisheit genau so haben wir eine Gabe die heißt Unterscheidung vom Geisten wenn alles dann immer von Gott ist sogar in einen Raum oder in einen Gottesdienst Raum oder bei Christen warum brauchen wir dann Unterscheidung ihr Lieben wir brauchen Unterscheidung weil wir sind noch nur Menschen und sogar Jesus muss zu Petrus sagen geht hinter mir Satan das war Petrus was sogar Petrus hat sich das Feind gegenüber geöffnet Christen kann sie der Feind gegenüber öffnen und wenn sie dann für mich beten und für mich dienen dann kann ich durch diese geöffnete Tür kann Sache zu mir kommen genau das ist warum wir die Geistes Gaben der Unterscheidung haben Jesus hat gewarnt gegen falsche Geister falsche Lehre und Wölfe wenn sie nicht wenn wir kein Problem mit solchen Leuten haben wird warum hat Jesus das dann gewarnt und er hat die Gemeinde gewarnt ihr Lieben Wölfe in Schalf Pelz er hat nicht die Welt nur gewarnt er hat die Gemeinde gewarnt es heißt es wird Leute sein die aussehen wie Schafe dienen Propheten Apostel Pastoren Lehrer die aussehen wie Schafe von außen aber innen drin sind sie Wölfe und Jesus hat uns gegen sie gewarnt in die Gemeinde es ist nicht wahr dass alles in die Gemeinde oder in einen Raum wo Menschen Gott anbeten oder in einen Raum wo der Heilige Geist präsent ist es ist nicht wahr dass alles da unbedingt von Gott ist ich verstehe sie wird jetzt sagen wo kann ich da noch hin oder sie wird sagen wer kann ich jetzt glauben das ist leider so aber ja ich meinte wir wir können nicht Gottes Volk anlügen und sagen ach es ist alles okay nein weil sie wird was empfangen und sie wird das mitnehmen in ihr Leben hinein wir schauen weiter hier in Galater hat Paulus gesagt aber wenn auch wir oder ein Engel aus der Himmel euch etwas als Evangelium verkündete außerdem was wir euch als Evangelium verkündet haben er sei verflucht Paulus sagt wir oder ein Engel aus der Himmel Wir reden gleich über Engel aber Paulus sagt wenn sogar er kommt und was anderes predigen dann sollen wir sagen verflucht verstehen sie und wer hat die Verantwortung ich du du musst schauen dass das was du geschluckt hat im Bibel ist du musst schauen dass das was du da in ein Buch gelesen hat von dieser bekannten Prediger von wo ob das tatsächlich stimmt sie müssen schauen ich bin verantwortlich für mein eigenes Leben ja die Lehrer und die Pastoren wird eines Tages vor Gott stehen und Gott wird sie fragen was habt ihr dann mein Schafe zum Essen gegeben das ist so da ist eine Verantwortung und wir haben eine doppelte Verantwortung wenn wir Lehre geben so steht es in die Bibel Paulus sagt wenn ein Engel kommt das heißt Engel kann predigen Engel kann ein falsches Evangelium predigen und wir müssen dann sagen verflucht bist du das hat er nicht in die Alte Testament irgendwo gesagt ihr Lieben das sagt er zu ein neutestamentischer Gemeinde wie gesagt wir schauen weiter schau mal hier was geschehen ist in Apostelgeschichte 16 Vers 17 diese folgte dem Pet Paulus und uns nach und schrie und sprach das war eine Frau diese Menschen sind Knechte Gottes den Höchsten die euch den Weg des Heils verkündigen dies aber tat sie viele Tage Apostelgeschichte 16 Vers 18 tief betrübt wanderte sich um und sprach zum Geister ich gebete dir im Namen Jesu Christi von ihr aus zu fahren und erfühe aus zu selben Stunden also wir schauen jetzt in Markus 13 und wir sind jetzt ein bisschen weiter schon in unserer Lehre heute so die Frau hat gesagt die sind die Männer Gottes die zeigen uns den Weg zur Rettung ihr Lieben stimmt das was sie gesagt hat stimmt es ja das war so Paulus hat sie den Weg zur Rettung gezeigt aber Paulus war betrübt im Geist das war die Gabe der Unterscheidung die angefangen haben zu arbeiten und was hat er gemacht er hat ein Geist ein Dämon aus sie getrieben du kannst nicht nur gehen über was sich gut anhöre du musst gut nachschauen was ist die Quelle wo kommt es her und wo führt es hin wenn ich sehe wo so eine Lehre her kommt dann weiß ich genau wo das hin führt und Paulus hat ein Dämon ausgetrieben aus ein Frau die was gesagt hat die sich sehr gut angehört hat also ich musste der Leib Christi was fragen und mir selber was fragen warum sind wir in eine Zeit gekommen wo Menschen mehr die Bücher von Menschen lesen als in der Bibel selber warum sind manche Leute weiß genau was der dort geschrieben hat was sagt er irgendwo eine bekannte Prediger die jetzt aktuell bekannt ist und und die Leute checkt es nicht mal ab mit der Bibel ob das überhaupt stimmt und es ist nie ob das logisch sich gut anhört man muss schauen die gesamte Bild anschauen man muss schauen wofür diese Lehre hin und so hat Paulus dann ein Dämon als Frau getrieben ja ich habe gesagt ich will gerne ein paar Dinge sagen über Engel ja und das Wort Engel Angelos auf die Griechisch es bedeutet hier habe ich die Englische und dann unter eure wunderbare deutsche Sprache es bedeutet um Nachrichten zu bringen ein Bote besonders ein Engel implizit ein Pastor oder ein Engel oder ein Bote ja interessant ist eine Bote oder eine Nachricht zu bringen sie sind da um Nachrichten zu bringen wir sehen sie in der Bibel und wird gleich ein paar Dinge sagen weil wir muss alles zurück bringen auf das geschriebenes Wort alles okay so jetzt haben wir gesehen was das ist schau hier von erstem Mose bis Offenbarungsbuch ist nur die Namen von drei Engeln offenbart worden nur drei Lucifer Gabriel und Michael von erstem Mose bis Offenbarungsbuch sie kann die Zeit ausrechnen 4000 Jahre bis Malachi die 400 Jahre und dann Jesus und dann die Apostelgeschichte der Gemeinden die Briefe Paulus ist nur die Namen von drei Engeln offenbaren Lucifer der gefallen ist die ein Drittel die Engel mitgenommen hat aus die Himmel gefallen von Gott weg gegen Gott Lucifer ist raus geworden weil er wollte Gottes Thron für sich ein nehmen er hat gesagt ich will mich über Gott erheben so hat Gott ihm aus dem Himmel geworfen Lucifer dann haben wir Gabriel und Michael drei Namen in die ganze Schrift in die ganze Schrift Gott hat sie gesendet Menschen hat sie nicht von sich aus kontaktiert gerufen oder um ihren Namen gefragt niemal Petrus Paulus Daniel Mose David und so weiter Petrus war im Gefängnis in die Apostelgeschichte und die haben gedacht er wird auch umgebracht die haben Jakobus schon enthauptet und dann haben sie Petrus festgenommen er war zugeschlossen in ein Gefängnis nachts als er geschlafen haben kam ein Engel hat ihm geweckt hat ihm geholfen rauszukommen aus dem Gefängnis ist nachher weg er hat sich nicht offenbart beim Namen er war einfach von Gott gesendet weil die wahre Engel will sich selber nicht darstellen wollen Gott nicht die Ehre wegnehmen kommt einfach um zu tun was Gott sie gesendet habe oder zu sagen was sie sagen soll und ist wieder weg Petrus hat ihm nicht gefragt wie heißt du meine Engel das war die optimale Gelegenheit die Name seines Engels herauszufinden neulich sende jemand mir eine Lehre von jemand die Leute beibringen wie man die Name deines Engels herausfinden kann und dann kannst du feststellen was diese Engel mitbringt wo ist die Beispiel davon von erster Mose bis Offenbarungsbuch ihr Lieben wo nicht ein Beispiel nicht eine die Engel hat sie manchmal bekannt gemacht und gesagt ich bin so und so so es nur zwei Gabriel ihr Lieben so es nur zwei hat sich bekannt gemacht und der Michael Lucifer war schon gefallen aus dem Himmel die Bibel offenbar seinen Namen genau lesen wir von Engeln ein dritte sind gefallen weg von Gott sind heute wirksam auf die Erde fast alle Sekten sind durch gefallene Engeln angefangen oder wenn ich sagen angefangen meinte ich die haben Kontakt oder die Menschen haben mit denen Kontakt aufgenommen die mormonische Kirche hat eine gefallene hat angefangen weil Engel die Moroni hieß haben sie gesagt das durch das Buch Murmen mitgebracht hier lesen wir über einen Engel ihr Leben hier lesen wir über einen Engel scheinbar heißt der Muroni das ist so unbiblisch wir haben keine Beispiele von sowas ja in die ganze Apostelgeschichte wo der Geist ausgegossen ist wo die neuestem menschliche Gemeinde angefangen nicht ein Beispiel davon Paulus nicht ein Beispiel er hat uns nicht ein Beispiel gegeben die Namen seines Engels jetzt kommt ein Mann lesen wir über denen es ist hoch 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 interessant Muroni ist ein Engel von dem Joseph Smith berichtet dass er ihn bei zahlreichen Gelegenheiten besucht hat beginnend beginnend am 21 September 1823 laut Smith war der Engel der Wächter der goldenen Platten die auf dem Hügel Kumora in die Nähe von Smiths Haus in Weston von New York begraben waren die Heiligen der letzte Tag das ist so diese Bewegung glauben dass die Platten des Ausgangsmaterial für das Buch Mormon waren ein Engel die Moroni hieß das ist so so nicht von Gott da ist ein ganze Kirche mit tausende von Menschen weil ein Mann behauptet eine Engel die Moroni hieß hat ihm Schrift gegeben und auf den diese Schrift haben sie dann diese Bewegung angefangen und dann höre ich dass Menschen jetzt beigebracht werden wie man den Namen deines Engels herausfinden soll wissen sie wie hoch gefährlich sowas ist ich wollen sie einen Moment ein paar Dinge zeige hier was geschehen könnte es ist nicht von Gott um Gott nach die Namen deines Engels zu fragen es gibt keine biblischen Beispiele dafür es gibt nur eine Name die uns retten und helfen kann und der heißt Jesus Christus das steht geschrieben es gibt keine Errettung außer durch den Namen Jesus das ist die einzige Name wissen sie das ist alles eine Manöver der Feind um uns wegzukriegen von die Wahrheit die Wahrheit in Gottes Wort ist da es eine Name und heißt Jesus Christus nur mit diesem Namen gibt es Errettung dazu hat der Herr uns seinen Heiligen Geist gesendet warum soll ich von mir aus Kontakt aufnehmen mit Engeln die total unbiblische Praxis ist die ich nicht in die Bibel finden das ist eine Ausweich Manöver vom Feind um uns von die Wahrheit wegzukriegen schau ich wolle sie das noch hier zeigen Gott wird uns Engel senden wenn wir sie brauchen also bitte jetzt nicht sagen der Franz war es gegen Engel das ist nicht die Wahrheit also wir wird sie brauchen aber Gott wird sie senden Gott hat Petrus im Gefängnis gesehen und er hat es gesendet Gott hat ihm das gesendet Petrus hat nicht Kontakt aufgenommen mit seinem Engel so dass seine Engel die was noch immer heiß ihn rausnehmen kann das ist nicht biblisch ihr Lieben ich wird Engel brauchen sie wird Engel brauchen aber sie sind unter Gottes Befehl nicht meine sie sind unter Gottes Herrschaft er wird sie senden wenn wir sie brauchen ich kann die nicht rufen aber es gibt eine Praxis wo Menschen Engel rufen ich zeige sie gleich was dann geschehen und ich hoffe echt dass es sie nicht geschehen ist schau es ist nicht von Gott zu lernen wie man mit Engel Kontakt aufnehmen soll um Menschen zu lernen um Lehre zu bringen wie man mit Engel Kontakt aufnehmen soll es gibt keine Beispiele in der gesamten 66 Bücher der Bibel Engel zu ehren anzubeten zu suchen es sehr verbreiten in die Esoterik wir leben in dieser Zeit von geistlich geistlich sein an die eine Seite will Menschen nicht zu tun haben mit Gott aber an der andere Seite wollen sie sehr geistlich sein und dann Kontakt aufnehmen mit übernatürlicher Welt und dann mit Engeln sie müssen nicht vergessen dass ein Drittel die gesamten Engel sind gefallen und sind hochwahrscheinlich auf die Erde wirksam und in die zweite erst in die zweite Himmel sind sie beschäftigt und manchmal auf die Erde genau und jetzt will ich sie was ganz schockierendes sagen aber bitte nicht Hoffnung verloren es gibt Hoffnung es gibt auch Hilfe schau hier wenn sie in so ein Praxis mitgemacht habe brauchen sie Befreiung weil Türen in die dämonische Welt geöffnet worden ist wenn sie in ein Praxis mitgemacht hat wo Menschen wo sie gelernt hat wie ich mit meinen Engel Kontakt aufnehmen ihm zu fragen wer wieder heißt was er mitgebracht hat wenn sie in so eine Praxis mitgemacht hat und vor allem wenn sie was erlebt hat dann ist es sehr möglich dass sie jetzt Befreiung braucht was bedeutet was meine ich damit ja wissen sie die geistliche Welt ähm in die geistliche Welt in die Dämonen und so weiter die Dämonen sind nicht lieb Dämonen ähm sie nicht mein Herz mein unschuldiges Herz wenn ich sie Türe öffnen und wenn ich sie einladen dann wird sie kommen es kann sein zum Beispiel äh zum Beispiel äh jemand war irgendwo und hat gelernt wie man jetzt Kontakt aufnehmen soll zu dem persönlichen Engel und dann haben sie was gesehen oder was gehört oder der Engel hat gesagt er heißt so oder heißt so oder heißt so genau jetzt haben sie Kontakt aufgenommen mit einem geistlichen Wesen Gott will dass wir mit ihm Kontakt haben wir sollen dem Herrn suchen nicht geistliche Geschöpfe wenn wir wohl das tun in und Kontakt kriegen dann sind wir jetzt mit denen verbunden was häufig passiert ist zum Beispiel jemand behaupten dass sie jetzt Kontakt gekriegt hat mit dem Engel und sie wird den Personen oder die Engel jetzt sehen und Spaß habe und so weiter so daneben Dinge erzählen die so unbiblisch ist bei diesen gefallenen Engeln genau und dann ja dann wächst es so es wächst es ist ein Wachstum dann kommt der Engel um zwei wecken sie dann muss sie aufstehen dann um drei und vier später wird sie dann so kontrolliert und herumgejagt von einem geistlichen Wesen dass Gott total aus dem Sicht verloren wird das Wort Gottes der Heilige Geist und jetzt ist es nur mein Engel mein Engel mein Engel wenn es wenn es so weit kommt ist es so hoch gefährlich weil sie müssen nicht vergessen es ist jetzt eine dämonische Macht warum wird göttliche Engel mit uns Kontakt aufnehmen wenn Gott sie nicht gesendet hat Johannes war im Geist als er die Offenbarungsbuch geschrieben hat und da war ein Engel die ihm auch gezeigt hat und so weiter die Name ist nicht bekannt geworden dann wollte Johannes vor ihm beugen und ihm anzubeten und dann hat der Engel in die Offenbarungsbuch Johannes gesagt tu das nicht ich bin dein Mitknecht bete Jesus an denn der Geist der Prophetie ist der Geist Jesu Ein göttlicher Engel wird nicht sich öffnen um mit uns herum zu spielen aber die Gefallenen wird es tun die Dämonische wird es tun was schlussendlich ist das Ziel der Feind dich und mich von Gott weg zu kriegen und wenn wir von Gott weg sind und jetzt mit Engel verbunden sind dann hat er schon sein Ziel erreicht genau so danke dass sie mit geschaut hat heute und ich werde gleich für uns zusammen beten und ja sie der Herr mag sie der liebt sie Jesus hat sein Blut für dich und für mich gegossen Jesus er ist die zentrale und der mittelpunkt er ist der Haupt der Gemeinde er führt uns zum Vater und er hat uns seinem Heilige Geist gesendet wenn wir Engel brauchen wird Gott schauen dass er sie zu uns senden und die wird uns auch übernatürlich und Art und Weise helfen wie sie das in die ganze Schrift gemacht hat beten wir zusammen her vielen dank dass wir diese zeit zusammen haben konnte danke für jede person jetzt die lehre und diese video anschaue und her danke dass ja wenn menschen sie geöffnet hat dass du sie auch zu menschen bringen die sie auch helfen kann her und wir danken jesus dass du die centrale punkt bleibe bitte her jesus bewahre uns bewahre mein herz bewahre mein herz bewahre die herz von menschen die hier mitschaue bewahre uns her wir uns wollen unsere aufmerksamkeit auf christus jesus behalten und wir preisen dich dafür herr jesus amen dankeschön und sei gesegnet